So, die Polen lassen keinen rein, bloß weil sie jetzt vergessen haben, bei mir den Ausweis zu kontrollieren, musste ich jetzt nochmal zurückfahren und musste den Ausweis vorzeigen. Ins Merkel-Land kommt jeder. Da kommt also jeder rein in das Merkel-Land. Ins Merkel-Land kommt jeder. Und hier kannst du perfekt Poltisch sprechen, oder du kannst Poltisch sprechen. Bis zum nächsten Mal.